so ein wunderschönen leute willkommen zurück zu let's play serious ham hd so first encounter hier immer noch in der kanalisation von memphis ich habe mir überlegt was man alternativ machen können es gibt ja noch unter optionen bei spieloptionen blut und verletzungen rot aber man kann auch grün hippie und kinder machen wir machen mal hippie aber so just for fun so kommen jetzt so kleine blümchen wer hat es gedacht jetzt wird es dann vielleicht noch ein bisschen ganz viele ich mag die dänen wir sind lästig so dann kommen natürlich auch noch mal ein paar da sind welche ganz viele blümchen wir schauen mal was dann noch passiert wenn da große gegner sind also noch was sind noch welche das war uncool da waren auf jeden fall noch welche ich bin gerade etwas sehr vorsichtig da steckt noch was da ist auf jeden Fall noch was das wäre jetzt einfach ein bisschen was hier rein ich schau auf die punktzahl ob ich irgendwas erwische ja hab ich sogar was erwischt auch nur einer da ist das war schön als ich jetzt glaube ich jetzt alles wäre so ein bisschen gerügt hier sieht gut aus warte mal es gab hier genau hier war noch was geheimen gang gefunden und dann eigentlich total geil gemacht da oben ist quasi das wasser wo kommt es quasi umgekehrt raus also es ist keine ahnung das wäre jetzt hier eine komplett andere es wird so eine art spiegeldimension ich weiß auch nicht und dann ich finde es cool war es denn das war es jetzt der woher dich hier ist ja ähm Moment Hallo da oben ok äh Hüpsch 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 sehr gut als nächstes Ja, ich mein Ist ja ganz nett, aber was gibt es denn hier so Bei Kindern Sternchen, Sternchen sehen auch ein bisschen schöner aus Ach wie geil Das waren eigentlich so die Körperteile werden Oder das Blut, was an die Wände Die Klasche, das sind dann hier die Blümchen Auch geil Schick, 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 schick Sternchen, Sternchen, Sternchen Irgendwie Aua Okay Ja Habs gecheckt Hier war auf jeden Fall noch ein Geheimnis Muss man aber schnell sein Aber der hat mich gerade so wegge... Hammert Hämmert Oh ne, das schaffe ich gar nicht so schnell Da hat er will ich haben Ich bin doch hier hoch, man Ach, ja dann kill ich mich halt Ne, dann muss ich, dann muss ich fix sein Wie soll, wie soll denn das gehen? Oh, ich hab's Ich hab's Speichern War ein hoher Preis Ich geb's zu Aber wir haben das Ding Äh, was, was war jetzt hier? Äh, langes Tauchen Hol tief Luft, Sam Siehst aus, als müsstest du lange tauchen Und hüte dich vor den Elektrofischen Ich mach nichts anderes Kein Problem Achso, ja, ich muss ja erst Das Ding hier hoch machen Genau Ja, genau Aber es muss halt ein bisschen Stoff geben Ob hier Geheimnisse sind, weiß ich nicht Ich bin hier immer recht fix durch Weil ich diese Passage überhaupt nicht mag Tauchen, trübes Wasser Rundierungslos Nicht so mein Ding Aber jetzt reicht's auch mal, ne Wir können eigentlich wieder auf Rot stellen Ist ja nicht so, dass hier ein Spiel für Kinder ist So, von dort bin ich gekommen Dann hol ich nochmal kurz Ne, von da bin ich nicht gekommen, oder? Von dort bin ich gekommen Das wusste ich Bisher halten wir uns ganz gut Wir können auf jeden Fall Luft holen Ich mag es ja so, über der Wasseroberfläche Sich noch so ein bisschen umzuschauen Weil da erkennt man die Dinge viel, viel besser Und klarer Als wenn man unter Wasser ist Klingt logisch Also da geht's Da geht's von der Pro weiter Ich bin mir echt sicher, dass es hier noch irgendwo ein Secret gibt Aber ich Die kenne mich am allerwenigsten aus Ich möchte mich allerdings nochmal ganz kurz Von rechts bin ich ja gekommen Äh, von links Ob hier noch irgendwas ist Ne Sieht aber nicht so aus Sieht nicht so aus Tja, da muss ich mal ganz kurz lang nehmen Telefon So, weiter geht's Ne, gut Dann gehen wir jetzt offiziell weiter Was war hier? Man, was ist denn hier? Ach ne, da müssen wir so oder so hin Da müssen wir so oder so hin, Leute Und was ist da dann in dem anderen Raum? Oder bin ich komplett plemplem jetzt? Ne Ich glaube, es gibt nur diesen einen Weg Ja gut, dann nichts wie raus hier Ich mag das hier eh nicht Was gleich kommt, ist eh schon stressig genug Aber erstmal schön voll ausstatten hier So, haben wir das auch das Level Das ist korrekt Oh, wir haben alle Geheimnisse Auch hier, sehr nice Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht So, Memphis, Hauptstadt Wir haben das Stadtgebiet von Memphis betreten Angesichts der Ruinen, die in unserer Zeit gefunden wurden War dies ein wunderschöner Ort mit Gärten und Wohnhäusern Nur Reichen und Privilegierten wurde die Ehre zuteil hier leben zu dürfen Während des Aufstandes gegen Thepen Haben die Anführer von Memphis Unter anderen Artefakte Unter anderen Artefakten Auch einen Gegenstand gestohlen Dieses Deutsche Den sie für sehr kostbar hielten Das Artefakt wurde im zentralen Gebäude Dieses Stadtteils Dem Tempel von Peter Von Peter untergebracht Der Tempel ist ein hohes Gebäude Dadurch wollen die Ägypter Dem Himmel und den Göttern näher sein Der genaue Zweck dieses Artefakts ist unbekannt Aber es muss sehr mächtig sein Nachdem das heilige Artefakt untergebracht war Wurde das angrenzende Gelände darauf angelegt Den Tempel von Eindringen zu schützen Erwarte bloß nicht, dass du leicht hinein gelangst Mache dich jetzt auf den Weg zum Tempel von Peter Dann wollen wir mal Ist so gemein, dass wir Schon gleich am Start Wenn uns gefordert wird So fies So Das ist auch so gemein Das ist so fies Wird schon wieder fast down, man 4 HP Weil ich ein Gegenstand aufgehoben habe Leckt mich fett Das ist so Oh Ich hasse euch Ich hasse euch Und wo? Wo? Ich warte jetzt mal mit dem Ding da Was ich da aufnehme So Ich hätte Munition schon ganz gerne Muss ich ja zugehen Das war schon wesentlich besser Schade Ja hier kommt gleich noch eine ganz miesische Also so hier Memphis Ist sag ich mal einige Boah ja ist richtig Eine Städte wo wirklich Besonders für die Kicker Angeführt Ja da kommen sie schon alle Da kommen sie alle angelatscht Versuch sie mal hier so ein bisschen In die Kuhle zu locken Ja gewusst wie Sehr gut Ist das gemein Oder ist das gemein Ganz ehrlich Was soll der Mist Wahnsinn Das reicht doch jetzt mal So Hier wird man zugepflastert Bis zum abbrechen So Gut dass du geknurrt hast Sonst hätte ich das nämlich nicht gecheckt Speichern Alles klar Ihr nervt so speichern das krieg ich doch oder komm schon du darfst halt nicht hier rein du sollst da nicht rein schaut hier noch mal ganz anders aus als in der vorstadt das war schön hier mit weiter hab ich schon ihre nüppelchen gesehen gerade was hilft da auch noch was soll der kack was soll das das ist noch rüstung ok so da warten wir mal kurz bis sie hier angetanzt kommen da kommt aber gleich noch eine ganz füße Welle klappt sobald ich das hier aufgenommen hab oder nein die bereiten mich ja nicht umsonst hier auf irgendeinen Mist vor genau deswegen das mein ich deswegen nutzen wir halt unsere Kude wieder wieder rein zu locken wieder rein zu locken wenn möglich ich dachte da kommen jetzt mehr Aua hm ich warte mein und da kommen mehr ich bin äh etwas unschlüssig gerade hier noch irgendwas schönes äh analysieren äh die Tür ist unrein seelenverschlossen um diesen Hof zu verlassen muss deine Seele rein sein führe das Reinigungsritual durch indem du eines der schwarzen Portale durchschreitest wie es die alten Ägypter getan haben ok hm haben die das ja passiert auch gleich irgendwas wusste ich genau wusste ich genau ja ja öh hab ich ach 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 Moment 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 ist mal der da Aua 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 das sind solche fiesen Säcke ey jetzt kommen sie die ganzen Schweine backen na ah die 6 jetzt kommen sie alle an ja dann kommt her ich kann warten ich bin der Meinung das ist wirklich mehr gekommen aber das kann es jetzt nicht gewesen sein könnt ihr mir nicht erzählen könnt ihr mir nicht erzählen schade hätte sein können tja gibt es ein secret keine Ahnung I don't know gehen wir erstmal weiter hm ich hatte es irgendwie anders in Erinnerung aber ja gut ich will mich nicht beschweren so speichern ja ich würde sagen äh da kommt der nächste Bezirk deswegen machen wir auch hier an der Stelle einen wunderschönen Cut und ja wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Silversen mal diese First Encounter haut rein bis dann und tschau